So, lieber Radfix, in diesem Video erfahrt ihr endlich, welche Gräserarten, welche Gräsersorten, welche Rasenmischung ich auf meine neue Fläche sehen werde. Es ist ein Experiment. Um es gleich wegzunehmen, es ist nichts Gewöhnliches. Es ist wahrscheinlich völlig verrückt. Es ist freaky. Ja, es sollte bitte keiner nachmachen. Aber ihr könnt es hier auf diesem Kanal verfolgen. Und das ist das Coole. Ich habe lange überlegt und ich habe mich dann am Ende auch mit dem Julian Pech, von dem ich ja jetzt die Rasenmischung bekommen habe, für den Abschlag, mit dem Julian Pech unterhalten. Und wir haben uns auf der Demopark auch mit der Firma Freudenberger unterhalten, dem Herrn Püttmann. Und haben auch nochmal hin und her diskutiert. Und ich finde ja das immer schon sehr cool, was Conor Ward, der Lawn Rebell, also ich müsste jetzt mal ein T-Shirt von ihm anziehen, was Conor Ward, der Lawn Rebell, immer so gerne tut, nämlich die reine Proa Pratensis aussehen. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass die Proa Pratensis wirklich ziemlich, ziemlich trockenheitsresistent ist. Und das in Kombination mit der Festuca Rupra. Also, ich werde eine Rasenmischung machen. Proa Pratensis Festuca Rupra mit zwei Unterarten. Der Kommutata, dem Horst bildenden Rotschwingel und der Festuca Rupra Trichophylla, dem Kurzausläufer Rotschwingel. Die Proa Pratensis, die bildet ja sowieso starke unterirdische Ausläufer. Die sogenannten Rhizome, also das sind die unterirdischen Sprossausläufer, im Gegensatz zu Agrostisch-Lunifera, die die oberirdischen Ausläufer, die Stolonen, ausbildet. Ja, also wir haben lange überlegt, wir werden eine, wir werden Gräser nehmen, die nicht ganz so dunkelgrün sind, damit sie sich nicht ganz so stark absetzen von der Agrostisch-Lunifera-Fläche, die ja im Süden ist. Und damit sich auch die Poa Anua, wenn sie denn kommt, und auch vielleicht die Lolium, die vielleicht nochmal auflaufen wird in der Fläche, dass sich diese Gräser nicht ganz so dominant in dieser Fläche zeigen. Es wird ein Experiment. Es kann schief gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben 100 Quadratmeter. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe die Maus gemessen. Also ziemlich genau 100 Quadratmeter Fläche, die wir jetzt neu einsehen wollen. Wir wollen 25 Gramm pro Quadratmeter streuen an Saatgut. Das ist so der Standard. So, das heißt, das sind zweieinhalb Kilo. Ich habe jeweils ein halbes Kilo bekommen von der Festuca Rupra-Sorte. Also insgesamt ein Kilo Festuca Rupra und zwei Kilo Poa Pratensis. Ich werde jetzt komplett die Festuca Rupra nehmen, also das eine Kilo. Das wäre dann ein Gewichtsanteil von 40 Prozent. Und anderthalb Kilo von der Poa Pratensis, das wäre ein Gewichtsanteil von 60 Prozent. Wenn ich jetzt mir die Früchte angucke, zeige ich euch gleich. Wenn ich die Früchte mal betrachte, pro Gramm hat die Poa Pratensis 3.500 Früchte pro Gramm. Und die Festuca Rupra hat ungefähr 1.000 Früchte pro Gramm. Die ist also viel größer als die Poa Pratensis. Die Anzahl Früchte pro Gramm wären dann 84 Prozent Poa Pratensis und nur 16 Prozent Festuca Rupra. Das habe ich immer in dieser Grafik dargestellt. Die kennt ihr ja vielleicht schon. Das heißt, hier, das ist der Anfang, also die Poa Pratensis mit 60 Prozent, 40 Prozent Festuca Rupra. Dann haben wir hier die Anzahl der Früchte in Prozent. Also ganz wenig Festuca Früchte, viele Poa Pratensis Früchte. Und ich hoffe mal, dass es am Ende 50-50 rauskommt. Das ist eine Prognose. Also wenn da ungefähr 50-50 rauskommen, wahrscheinlich wird es eher dominant die Pratensis werden. Aber die Festuca wird auf jeden Fall zuerst auflaufen. Die läuft so, ich sage mal, ein bis zwei Wochen läuft die Festuca Rupra auf. Und die Poa Pratensis braucht auf jeden Fall ihre 20 Tage, drei Wochen, sage ich immer. So, und um das jetzt zu beschleunigen, jetzt Achtung Werbung, damit das also alles gut funktioniert, habe ich von der Firma Grashopper, das gibt es auch im Shop zu kaufen, eine Saatgutstimulanz bekommen. Da ist drin Mykorrhiza-Pilze, Rizosphärenbakterien, Trichoderma, SSP, muss ich nochmal nachgucken, einfacher, pflanzlicher, nicht kompostierbarer Bodenverbesserer. Das Produkt enthält keine gentechnisch schmeldenden Organismen, keine Krankheitserregner und so weiter. Davon soll ich 50 Gramm für 100 Quadratmeter nehmen. Hier sind 250 Gramm drin. Also brauche ich da nur einen Bruchteil von. Fangen wir also an zu wiegen. Dazu habe ich jetzt hier, oh, so sieht das Zeug aus. Oh, riecht auch, riecht gut. Das mische ich jetzt hier mit meinem Saatgut. 50 Gramm von dem Zeug. Zack. Ungefähr 50 Gramm. So. Jetzt nehmen wir erstmal die Festuca. So, das ist die Festuca Rubra. Und da sieht man eben, wie grob hier diese Früchte sind. Seht ihr das? Das ist die Festuca Rubra. Zack. Hui. Mann, einmal reicht nicht. Zack. So, das ist die Festuca Rubra. Und das ist die Pratensis. Und wenn man das sieht, da fällt einem nichts zu ein. Das ist die Pratensis. Das ist ein ganz feines Früchtchen. Muss ich jetzt da reinmischen. Reicht nicht. Ich brauche einen größeren Eimer. Jetzt sind wir bei zwei Kilo. Das ist ja super. So, das fülle ich jetzt um. In diesen Eimer. Ich muss es ja sowieso mischen. Jetzt sind wir noch ein halbes Kilo dazu. Das ist auf null. Ein halbes Kilo von der Wiesenrispe dazu. Oh, zu viel. Zu viel. Naja, ein bisschen zu viel. So, gut. 496. So sieht das jetzt aus. Jetzt muss ich das mischen. Und jetzt haften sich diese Pilze. Das ist natürlich nicht so schön hier. So was. Na egal. Nicht, dass mein Streubahn verstopft. Jetzt muss das schön gemischt werden. Wahnsinn. Also diese gruben Dinge müssen raus. Schön mischen, mischen, mischen. So, jetzt kommt gleich das nächste große Ding. Ich will ja nun 25 Gramm pro Quadratmeter streuen. Und zwar nehme ich da zu meinen Sämtner Handstreuwagen. Und jetzt muss ich ihn richtig einstellen. Jetzt muss ich sehen, dass der wirklich 25 Gramm pro Quadratmeter streut. So sieht das dann in der Mischung aus. So, ich würde mal zeigen, was das für Sorten sind. So, das ist die Commutator. der Horst Rothschwingel Home Star. Dann haben wir die Trichophüler. Verfein Trichophüler. Und dann haben wir die Wiesenrispe. die Wiesenrispe. Hilda MS. So, das ist sie also, die Sämtner. Die kleine, handgeschobene Rasenbaumaschine. Okay, das Entscheidende ist jetzt die Frage, streut der wirklich die richtige Menge? So, lieber davon aus, das wird ein Meter sein. Hoffe ich. Das heißt, wenn die Trommel sich einmal 360 Grad gedreht hat, ist die Maschine einen Meter vorgefahren. Auf einer halben Meter Breite hat er quasi dann einen halben Quadratmeter gestreut. Bei zehn Umdrehungen sind es fünf Quadratmeter und bei zwanzig Umdrehungen sind es zehn Quadratmeter. Und zehn Quadratmeter heißt 250 Gramm Saatgut. Das heißt, da müssen 250 Gramm Saatgut aus der Maschine rausgefallen sein. Und das will ich jetzt nachmessen. Jetzt setze ich die Maschine hier vorne auf die Hölzer drauf. Und jetzt kann ich sie frei drehen. und dann nehme ich jetzt hier eine Schale. Diese Schale schiebe ich hier unter und lasse da das Saatgut reinrieseln. Und dann kann ich es nachmessen. Und damit die Maschine nicht so schräg steht, werde ich hinten auch nochmal Bretter unterschieben. Die Streubreite sind jetzt ungefähr 50, habe ich doch gesagt. So, und der Umfang muss ich jetzt irgendwie da rum kriegen. Ich nehme jetzt ein Stahlband Maß. Das ist nicht so schlau. Na komm. das sind fast. Aber wir behaupten, das ist tatsächlich ein Meter. Also es sind jetzt ein Meter drei mit meinem Stahlmanfand Maß. ein Meter ist ein Meter sein, weil das ist logisch. Also einen halben Meter breit. Der Umfang der Rolle ist ein Meter. Jetzt mache ich hier einen Punkt hin oder einen Aufkleber und kippe jetzt das Saatgut in den Trichtler. Die Auffangschale ist untergelegt. Ich drehe jetzt 20 Mal diese Trommel und das nennt sich nämlich auch abdrehen um die Menge zu überprüfen die daraus läuft. 20 Mal halben Meter breit werden 250 Gramm. So. Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Wow. Ich glaube ich lasse es bei zehn, weil ich das lieber erstmal nachmesse. So. Zehn Mal noch mal zu. Das ist die Menge die raus gekommen ist bei fünf Quadratmeter müssten es 125 Gramm sein. Hier schwenke rum, ich schwenke rum. Da ist er. So, 125 Gramm. Bin mal gespannt. Das sind schon 350 Gramm. Also viel zu viel rausgekommen. 350 Wir müssen viel enger stellen. So, geöffnet. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig zu da sieht nicht schlecht aus. Messen mehr Glück als verstand. So, vier Gramm sind drin. Ich null noch mal. Ja! 276 und ganz bisschen zu viel. Und ganz klein noch. zum letzten Mal. Ich hoffe, es passt jetzt. So, gleichmäßig verteilt. Öffnen. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig so wie es passt jetzt nicht. Weiß ja nicht, was das für eine Streuung hat. Was die Maschine für eine Streuung hat. Ich weiß es nicht. So. Seht ihr das? Ja, gut. Zwei Gramm. So, null 244. Ja! Fertig. Jetzt rauch auf die Fläche. Jetzt gilt's. Ja, diese Semtner Maschine macht drei Dinge in einem. Sie lockert mit dieser Frontwalze nochmal den Boden auf. Dann streut sie gleichmäßig, wie ihr nur gesehen habt, das Saatgut. Und dann gibt es hier noch einen Igel, den man absenken kann. Und der Igel harkt das Saatgut ein und dann kommt die Heckwalze und die presst das Saatgut fest. Also auflockern, streuen, einhaken, festwalzen. Das macht das Gerät in einem Zug. Jetzt hole ich das Gerät. Dazu laufe ich ganz außen rum, um nicht noch mal in diese Fläche zu treten. Um sie mir kaputt zu treten. Ganz außen rum. So. Dann fahre ich geraden. Lange überlegt, wie ich das mache. Jetzt kommt die Maschine. Ich fahre erstmal einmal außen, um zurück hinzukommen. Ganz hier außen. Hier ganz außen fange ich an. Hier. Da lege ich los. Ich bin schon reingedrückt hier. So. Das muss ja auch noch passen jetzt. So. Jetzt kommt die Beschwerung. So. Abgedreht ist sie. Saatgut ist gemischt. Gewicht ist drauf. So. Ich fahre dahin. Zack. Und der Igel muss noch rein. Ganz dicht. Lässt sie noch mal ein bisschen wackeln. So. Saatgut ist offen. Igel. Los. road geht's. Das ist sie. Familie. Dad. 10- Und da. Ja. Dad. 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 ド Teacher. Dad. 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 schön dicht am rand hier und hier raus so zumachen und wechseln jetzt der richtigen spur fahren und attacke nicht so viel überdeckung sonst habe ich am ende nichts mehr nicht vergessen aufzumachen und attacke wie sieht es aus im saatgut? sieht noch gut aus ist das aufregend aber es ist schick wie er hier die schlitze rein zieht das ist ein stein das sieht ja mega aus absolut mega bin ja mal gespannt wie gleichmäßig das wirkt die spur fahr ich jetzt hier noch ok kleiner kompromiss hier so Okay. Aber sieht das gut aus. Sieht das glatt aus. Hammer. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Das ist ein Träumchen. Wenn das noch passt mit der Streumenge. Jetzt zeige ich euch noch, was da noch drin ist. Das ist der Rest. Jetzt fahre ich noch mal ganz außen rum und dann kommt der Rest raus. Den sammle ich, um die eine oder andere Stelle noch mal nachzusehen. Und dann ist gut. Genau hier. Da war ich ein bisschen sparsam. Hier fehlt auch noch was. Gut. So Freaks, danke fürs Zuschauen. Ich bin echt völlig begeistert. Das hat super funktioniert. Endlich bin ich fertig. Jetzt hier wird gewässert und dann bleibt dran. Und ihr werdet jetzt sehen, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid eine coole Community. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt. Ihr seid klasse, weil ihr immer so liebe Kommentare schreibt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.